Ey Dende? Ja? Wo warst du eigentlich in der Winterpause? Oh, ich war in Indien, schön. Du, was, in Indien? Achso, ich dachte, der Grund, warum du so braun geworden bist, ist, dass du auch Anhänger der AfD geworden bist. Nee, keine Ahnung. AfD, das heißt, alles für Dende, oder was heißt das? Ah, ja. Dendemann und die freie Radikale. So original! Ja. Hier kommt das Original. End zu dem E.O. So wie Royal. Was macht denn der Dende? Was wurde aus ihm? Ich sag's dir, es wird dir die Schuhe ausziehen. Ich bin zurück im Original. Kein Witz zu flach, keine Story banal. Ich schlaf mich hoch, sorry, normal. So bleibt mein Gewerbe schön horizontal. Original. Boah, wie genial, weil ich lauch alles bar mit dem Porree bezahl. Grüner wird's nicht, in der Tat. Das Magazin ist back aus dem Winterschlaf. Neue Gags, altes Feinbild, leichte Beute, lahmes Freiwild. Ich mein ja nur, nur mal jetzt am Rande. Ob Schweigerkartell oder Hetzkampagne. Eins ist klar und gelogen, mein Brudi. Jeder hier ist ein verzogener Bubi. Macht auf cool, doch sich fasst ins Hemd. Und postet an Till, die Schifftaste klemmt. Hier spinnt jeder, vergesst die Römer. AfD, alle fressen Döner. Aber für Dummheit und Glaube geht ihr steil. Angeln für Doofe, Frauke Petri heil. Ja, das tut weh, es tat nie weh. Aber kommt auch irgendwie mega von Idee her. Frei von Talent oder Köln. Aber ey, wie kann man sich nur so hart gönnen? Wir finden das lustig, original. Von dem N zu dem E zu dem O wie royal. Was macht denn der Bömi, was wurde aus ihm? Er hat was vor, das wird wie die Schuhe ausziehen. Wie die Schuhe ausziehen, Schuhe ausziehen, Schuhe ausziehen, Schuhe ausziehen, Schuhe ausziehen, Schuhe ausziehen. die Schuhe ausziehen von einem Christen in den Julen und Nummer 2. Auszusch pressen an, Schuhe ausziehen zu unterdenen lassen.